im trikot der nationalmannschaft aufzulaufen bin ich bei dir wolf das zeigt nun einmal dass sie zu den besten kickern im land gehören für den trainer geht es natürlich darum in so einem test spiel dinge auszuprobieren da kommt der schuss der wert gut gekommen aber der spieler block den ball ab tor der torhüter war dran aber nicht mehr entscheiden noch mal der treffer diesmal aus einer anderen perspektive und damit haben wir den ersten treffer die hättest